Hallo und herzlich willkommen zu Baufix24 Wissensvideos. Vielleicht kennen Sie es selbst und haben es auch selbst schon mal erlebt, dass Sie Freunde, Bekannte, Familie um Rat gebeten haben. Nachdem Sie diesen Rat bekommen haben und diese vielen Ratschläge, haben Sie sich vielleicht auch gefragt, woher nehmen diese Ratgeber eigentlich Ihre Weisheit? Haben Sie diese Sachen selbst schon einmal erlebt? Kennen Sie es? Vielleicht. Hier bei Baufix24 Wissensvideos erhalten Sie echte erlebte Praxistipps. Das heißt, wie Sie mit bestimmten Situationen im Rahmen eines Immobilienkaufs, eines Wohnungskaufs, eines Hausbaus, in welche Probleme Sie dort reinrennen können und wie Sie diese Probleme in der Regel selbst lösen können. Das Ganze möglichst einfach und simpel erklärt, ohne fachchinesisch und ohne juristischen Tiefgang, sondern für Sie einfach verdaulich. Schauen Sie einfach rein. Am Ende des Videos gibt es noch einen kleinen Goodie, einen Bonbon. Genießen Sie dieses kurze Wissensvideo und schauen Sie jetzt einfach weiter. Hier geht es los. Mit dem Hausbauen sage ich Ihnen ganz ehrlich, ich bewundere jeden, der ein Haus bauen will. Ich helfe auch jedem dabei, aber ich möchte mir persönlich dieses Drama eigentlich nicht antun. Ja, also ich bin Fan von einer gebrauchten Immobilie. Ich sage immer, die häufige Argumentation ist beim Neubau, ja, da habe ich fünf Jahre Gewährleistung. Naja, die haben Sie auch nur, solange es den Bauträger noch so lange gibt. Ja, das ist Gott sei Dank in der jetzigen Marktsituation ist das wahrscheinlicher. Vor fünf Jahren hätte ich gesagt, die meisten haben so eine Halbwertzeit von zwölf bis 24 Monaten. Ja, und manchmal wird es dann die Tochter oder der Sohn wird dann Geschäftsführer und dann wird das irgendwie einmal durch die ganze Familie durchgedreht. Meistens sind es kleine GmbHs. Neubau ist toll, absolut. Sie können sich in Anführungsstrichen so austoben, wie Sie es wollen. Sie können sich den Grundriss so gestalten, wie Sie das haben wollen. Sie können, je nach Ihren finanziellen Möglichkeiten, können Sie natürlich auch ein richtiges Architektenhaus, da können Sie dann alles ganz individuell machen. Ich finde die Bestandsimmobilie prima, weil da sehe ich auf den ersten Blick, was die damals gepfuscht haben, ja, oder meistens. Und Pfusch am Bau ist fast immer, ja, so die Frage, wann Sie ihn feststellen. Vielen Dank. Vielen Dank.